Verrücken Sie die Gespräche einzuschreiben. Herzlich kommen Anbau des Cities Kalender in Hamburg zum Touringsturm. Die gelesene Aufsichtsplattform hat den Platz für 60 Personen und ist in Europa einmalig. Trinken Informationen und Orientierung zum aufwärtslichen Erlebnis. Gehessen Sie bei dem Rathen, die auf 68 Grad von Dunkelklamo, oder ausfüllen des Frühlingsrums und die Kastinationen, die die Hausstadt ausschreit. Wir sind in 80 Metern angekommen und wir halten einen tiefen Überblick über das Festival des Frühlingsrums. Genau unter unseren Füßen bewegt sich das Heilige Kastpferd. Vorher gehört es mir zu Prüsterkrankenhaus. Doch das ist 400 Grad hier. Unsere gesamte Gerüte erschafft sich über 28 bis zum Jahr. Diese Größe, die vielen Attraktionen und Demütze, irken Besucher aus der ganzen Regierung an. Jedes Jahr kann es zu sehen und wie wir es auch an. Und das sind 400 Euro Besucher, die wir in den Worten aufwärtschen. Sparen, die wir in den Norden, die wir in den Norden sind, brother! So als Hochartig. Hängen Sie mit dem Cities-Geländer zum Experten für Hamburg. Wir sind jetzt genau hier. Wir haben nun unsere Reisebühne von über 70 Metern erreicht. Ist Ihnen schon das große Stadion nördlich von uns aufgefallen? Vermutlich schon. Dabei handelt es sich nur das Allland für Stadion. Bekannt aber als die Säder ist dann Fußball vereintet und spielt. Der FC Sankt-Auley. Außerdem spielt die Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Der Stadion fasst knapp 30.000 Zuschauer. Aber es geht ganz ruhig. Wir gehen nur einmal etwas weiter nach Laufen. Dorthin, anderthalb Kilometer entfernt, schlägt der Haar-Use-Fernsehton. Sein eigentliche Mann? Heinrich Ernst-Ton. Aber Fernsehton reicht aus. Mit einer Höhe von 280 Metern ist der 3.000 Euro zu hoch ein 60.000 kleiner. Mit dieser Höhe wird vorne nicht über die Stadt. Leila, das höchste Räume kann in der Kruppe noch nicht mehr auf eine Säderstelle in der Ola. Überall auf die Säderstelle, das höchste Geräume ist, das ist in der Kuppel, ne? Die Einer gerockt durch die Sankt-Auley, die südöstlich anzieht. Heroine geht mittlerweile als Mahnmahl und hat eine Höhe von Klapp, einen beziehst sich Martin. Oh, da ist die Klapp. Was ist das denn? Ja. 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 Geringelte, fette Rutsche